Schaut einfach nach oben und dann spürt ihr auch hier schon eine gute Spannung. Wer hat ein Moin gesagt? Bin ich im Discord noch? Ja, ich bin hier wegen dem... Ah, Sascha, was geht, Bro? Ich hab kein... Warum bist du hier? Ja, wegen der Talkrunde. Subtalkrunde. Ah, nice. Ja, was ist dein Thema? Ich bin momentan in der 8. Klasse und mein Hobby ist halt Reiten. Und ich hab halt die Randy noch abonniert. Und ich werde deswegen in der Schule fertig gemacht. No Joke, kennst du das, wenn man reitet und man hat einfach dieses Gefühl von Freiheit? Ich hab's jedes Mal. Jedes Mal. Ja, das ist ein bisschen wie beim Motorrad fahren, oder? Also auf jeden Fall, auch bei Regen und so. Okay, ey Sascha, ich brauch einen guten Titel für meinen Stream. Einen guten Titel? Wir fahren die Epic Wins in jedem Game. Groß geschrieben, mit vielen Ausdruckzeichen und noch einzelne dazwischen. Nein, das für den Einzelnen ist so 2012, Digga. Ne, 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 erlauben mir, das kommt wieder. Ja? Okay. Ja, das kommt wieder. Bin ich mir sicher. Wie hab ich gemacht? Ich hab's neulich in meinen Titel gepackt und da haben nur zwei, du Huchens umgeschrieben. Aber die brauchen auch sofort gefahren. Ey, dann danke für den Tipp, Bro. Easy, Bro. Bruder, ich guck mir grad ein Video an von Sascha Huber, wie man sein Doppelkinn wegtrainiert. Und der Mann streamt jeden Tag zehn Stunden und ich frag mich wie. Oh Mann, Alter. Ey, ich bin gleich wieder da. Ich hol ganz kurz meinen Tee, ja? Magst du das Tee, ja? Als ob ich jetzt Tee holen, du Idiotensohn. Ey, ich hol mir jetzt Tee. Ich hab sogar, Bro, ich hab sogar abgewöhnt. Ich hab den Tee kochen jetzt im Raum, Sascha. Boah, Alter, krass. Äh, warten wir noch auf Lazo oder spielen wir zu zweit? Lazo meinte, er ist zu 100% dabei. Kann aber auch sein, dass wenn spontan auf Instagram jemand zurückgeschrieben hat, dass Lazo... Lazo, äh, nee, der ist live. Ah, okay, okay. Aber ist es ein Girl bei ihm oder was? Ah, perfekt, es ist ein Girl bei ihm. Nein, shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut the fuck up, no! Oh! Oh, 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 oh! Brooo! No way! Und das Beste ist, Mann kennt sie nicht. Junge! Es ist so typical Lazo, einfach, no joke. Vor allem, ich sag zu ihm, 20 Uhr PUBG. Oh, 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 oh. Okay, er weiß, dass wir um 20 Uhr uns treffen. Der Typ ist am Essen mit irgendeinem Gurney Bean. Das ist immer dasselbe. So, ich glaube, ich frage mal im Stream Chat, ob sie reitet? Ich schreibe, ja Reiten kann ich echt empfehlen, so ein Gefühl von Freiheit. Ja Reiten kann ich echt empfehlen, so ein Gefühl von Freiheit. Meine Nachricht wird gar nicht gelesen. Ich hab gedacht, wir zocken jetzt gleich zusammen, ähm, PUBG. Naja, musst du jetzt mal überlegen, Digga. Stell dir vor, du hast so ein Date mit so einem Typen und dann isst du so im Stream mit ihm so Salat. Und dann spielt er PUBG einfach. Ich glaub, wo wurde dir aber nichts davon gesagt? Traum, Mann. Ich schreibe einfach noch Goals rein. Es gibt tatsächlich einen Streamer, der heißt Papa Platte, okay? Und der hat tatsächlich einen neuen Rekord aufgestellt. Und zwar ist es der Streamer mit dem kleinsten Dick. Was ist das nicht, Digga? Ohhhh, oh Bro, ey! Oh mein Gott! Sie hat ihn aufgenommen! Und wie er danach so auf Casual in der Nase baut, fühl ich auch mit dem Daumen. Jungs? Grüß dich! Lass uns was gehen. Hi! Wie war der Salat? Jungs, was geht ab? Uns geht's gut, oder? Was gehört hier? Bei mir geht nicht viel, Jungs. Ich dachte, wir zocken zusammen. Wir bräuchten zufällig noch einen vierten Squad-Member. Hättest du da spontan jemanden? Hast du auch bei euch gerade gelegt? Keine Legs, Bro. Wo gehen wir heute rein, Jungs? PUBG oder wie sieht's aus? Ich weiß nicht. Warum bist du so heiß auf einmal? Ey, Nico, hast du PUBG-Update schon geladen? Ja, ich hab's schon ohne geladen und ich kann das Spiel jetzt sofort starten. Könntest du den Platz hier bitte kurz verlassen? Ja. Ja. Äh. Genau, du kannst dich da hinten sitzen, ja. Und am besten nichts sagen. Ohohoho. Spaß. Mal mit. Oh mein Gott. Jo, tschuldige. Sehr entspannt. Das sind die besten Sachen. Wir haben gesagt, ihr Frau, hey Nico. Ja? Ach nichts, alles gut. Komm, hör doch auf, Mann. Uns herzen Verkärmen. Ey, wie heißt ihr? Dann lade ich euch ein. Inscop21n und Sascha heißt Karl S. Ah, ein stabiles Profilbild, Bro. Digga. Sascha hat mir ein TikTok geschickt. I would never let a man spin my mouth. I don't know why I often tell you. Oh, spin my mouth, spin my mouth. That's fucking nasty. So ein Bilder von Sascha. Sascha, stehst du auf angespuckt werden, oder was? Jetzt real rip, nee, anspucken. Es ging um anspucken. Ja, ja. Ja, ja, klar. Echt denn? Ja, was auch Sony in den TikTok gemacht hat. Sascha kennt dich. Ich hab' nicht gedacht, dass du auf Ansprungen stehst. Ich steh' drauf, wenn sie mich Milord nennt, einfach. Oder Papa Platze, wenn sie Papa Platze sagt. Oh mein Gott. Bei Blau, bei Blau, El Posso, El Posso. Nee, sie sagt so, wir haben Papa Platze, Digga. Es gibt safe so Pärchen, da steht das Girl so voll drauf. Wenn die so ein Roleplay machen, dass der Typ dann so insgesamt 21 ist. Safe. Hey, du meinst. Also wenn's Leute gibt, die Roleplay machen, wo sie insgesamt 21 sind. Wie stellt ihr euch das denn vor? Ey, Jussi, Jussi, lass mal kurz konzentrieren, hier sind Leute. Ich stell mir das recht normal vor. Guten Morgen, guten Mittag. Oh mein Gott, die Märchen. Und dann rumpst ihr, dann sagt ihr, du bist so ein geiles Bruder. Hey. Aber so wie sie... Ah, ich bin da, ich bin da. Komm, ich komm, ich komm. Ich bin safe, ich bin relativ safe. Außen, außen, außen. Nice, danke. Wo der King? Digga, einer am Baum, Südwest, Südwest, Südwest. Brauchst du gerade, Sascha? Nein, nein, nein. Oh, da ist einer bei dir, Niko. Niko bei dir. Perfekt, Digga. Cooler Name, Bro. Ich hab ihn mit dem Pfeil und Bogen erschossen. Holy shit. Warte, ich bin hier noch. Sascha ist hier gelieft, Digga. Ja, die Server ist gecrashed bei mir auch. Bei mir auch gerade. Das war jetzt einfach mal zu abwechselnd eine huge Runde. Ja, die war richtig huge. Wir gehen nach Hartin, Hartin. Das klingt so ein bisschen auch nach so, nach einer guten Bar. Hartin. Die gute alte Hartin-Bar. Ja, safe. Und da tanzen so ein paar Girls. Ja. Aber auch Boys. Wie nach dem. Halt für jeden was dabei, so. Genau. Jetzt wird ernst gemacht, Digga. Die Lebrun runtergefahren. Kevin, musstest du mal frühzeitig aufgehen, weil du zu horny warst? Boah, ich weiß nicht. Also ich, vielleicht. Ich bin halt schon echt ein krank, horny Motherfuck, ne? Also, ja. Nico, wo über dich warst du? Muss gar nichts sagen, Digga. Nö, er hält sich die Grenzen. Ja. Hahahaha. Shut the fuck up. Find ich so nicht. Ich frag mich, ob ein Streamer, den wir kennen, also so ein Big Streamer, ob dem schon mal so einer geblowt wurde unter dem Tisch, während er gestreamt hat. He's safe. Natürlich. So Trimax einfach, oder so. Jo. Kann auch sein, dass er so krasse Fetische hat, weil der so nach außen im Normal scheint, aber dann im Bett hat er ganz komische Fetische. Vielleicht findet ihr das auch geil, sich ans Bett fesseln zu lassen, oder so. Ja, ist ganz komisch. Das wäre auch das komischste, was mir einfallen würde jetzt. Also, ich sag, Max hat auf jeden Fall auch Pokémon-Karten dabei im Bett fesseln. Also, ich bin jetzt nicht Big-Big-Fan davon, aber ich würde das noch als ... Du hast das schon gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also, warte mal. Ich hab das Girl ans Bett gefesselt. Ich selber nicht, ne. Ach so, ja, okay. Mit 15 hab ich mal so Handstellen bei mir ausprobiert, aber das war wack. Das hab ich nicht gefühlt, das war Trash. Was ich eigentlich sagen wollte, Nico, ich finde, jemanden irgendwo hinzufesseln, ist eines der weitaus normaleren Fetische, in my opinion. Safe. Also, das ist so ultra verbreitend. Ja, der Gegner ist direkt hier, Boys. Aber jetzt. Abhin, 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 abhin. Kannst du Nico aufheben? Das wäre fresh. Ja, aber das ist für mich ... Das zählt für mich gar nicht zum Rahmen der Möglichkeiten. Also, guck mal, jeder kann ja machen, was er will, aber ... Digga, was für Anbissen. Also, ich finde, so ... Die ganzen normalen Sachen sind so ... Choken, so ... Normale, dolle ... Normale Stärke ins Gesicht slapen, äh ... Ja, der ganze Shit halt. Das ist halt relativ normal, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, ich weiß, das gehört quasi zum guten Ton, I guess. Also, natürlich nur, wenn die andere Person einverstanden ist, Freunde. Obvious. dieses ganze Fetisch-Thema. So, ab wann ist es ein Fetisch und wann ist es noch normal? Mhm. Ich meine, dass eine Frau so ein bisschen gewürgt werden will, so ... Das ist ja mittlerweile eigentlich Standard, oder? Ja, würde ich auch sagen. To be honest, ich finde das auch ... Also, jetzt mal nicht nur, weil das Girl es nice findet, ... Ich finde es auch selber nice, das zu machen. Also ... Ja, safe. Das ist sehr nice. Ich enjoy das. Es ist einfach ... Es macht einfach Stimmung so. Ja, Digga. Als wär das auf Malle, Digga. Das macht Stimmung. Junge. Ja, ich ... Ja, ich ... Oh, sohne, Digga. Oh, Bruder. Oh, nee. Aber die mehr bis klein. Die mehr bis klein, die mehr bis klein. Das sollten wir schaffen. Ey, wenn ihr Autos seht oder so, sagt Bescheid. Ey, 200 ... Er ist direkt vor mir, Digga. Was? Oh, die ... Nein, ich verstehe. Digga. Ich hab ihn. Hast du ihn? Okay, nice, gut. War der Instant? Okay, da war noch einer auf jeden Fall. Aber der wird sein Team mit aufheben. Lass einfach laufen, denke ich. Vergesst nicht zu heilen, Jungs, ne? Wir müssen auch direkt weiter, Digga. Ja, wir brauchen eigentlich ein Auto, sonst müssen wir nochmal weiterlaufen. Nein. Oh, Lazo? Das war höher als erwartet. Junge, liegt die Sau hier, Alter. Lass ihn liegen, oha. Und dann lupen. Das Auto? Ist ein Zweisitzer. Ja, Niko. In dem Sinne. Tschüss. Oh, das ist ... Der kracke Wagen, Digga. Sascha, schauen mal, ob du hier ein Auto siehst. Das ist ein Auto ... Ist das ein Motorrad? Das ist ein Motorrad. Wo, wo, wo? Hier, von uns. Nimm du das. Oh, chillig. Danke nochmal für das ... Kein Problem, immer gerne. Boah, Junge! Das ist CL500 einfach. Einfach eingehen. Yo, Bitch, was geht ab? Steig ein. Boah, Junge, der Sound ist wild. Alter, es ist ein nicer Sound, Digga. Hier werden Leute sein, pass auf. Es ist echt gut bei mir. Du bist gut alleine? Oh, scheiße, Digga. Links ist auch noch einer. Links ist auch noch einer. Einer pick, einer pick, einer pick. Ah, ich hab, ich hab, ich ist down, ist down. Boah, Junge, meine Scopes sind so Müll. Könnt ihr mir kurz Cover geben? Ja. Hier ist ein 6-fach Scope, wenn jemand möchte. Wir sollten weiter wegen Zone-Männer. Oh, nicht schon wieder, das kann ich. Ja, die Zone ist so, ich will, ne? Oh, hier kommt ein Motor. Hier kommt ein Moppet, ja. Ich hab das auch gehört. Vor allem ein Ostdeutscher. Ich hab das auch gehört. Guck mal, da ist ein Moppet. Ich gemacht. Oh, da hinten sind welche? Da ganz hinten? Da ganz hinten ist ein guter Tor. Damit kann ich arbeiten. Lass du hoch? Kannst du hoch? Direkt vor mir. Wo, wo? Krabbel nach hinten, krabbel nach hinten. Oh, ich bin rechts. Nein. Lass das rechts weg, Sascha. Ja, ja. Boah, ich seh die beiden. Einer von denen ist fast down. Links ist auch noch einer. So, passt auf. Hat er noch? Da ist noch einer. Nein, Mann! Und ich war fast in dem Scheiße. Fuck! Oh mein Gott, Unlucky, Dick. Ich war fast in dem Haus. Ich wollte mich grad heilen. Ja, wir waren im Ziel von richtigen Spielern und Bots. Was soll ich das? Huge! Oh mein Gott. Wiederschauen. Richtig und. Richtig. Sascha übel gut, Mann. Mein Kind ist irgendwo random dann gewohnt werden auf spontan. Das sind drei Mann. Natürlich schieß ich von rechts auf den Idioten, der alleine ist. Ja. Oder vielleicht solltest du entweder ragen oder rauchen. Was meinst du? Raufe ich mich mit deiner Butze. Wie sehe ich denn? Du hast schon übel oft mit deiner Butze geraucht. Ja, so eine Lüge. Ja, das ist die Wahrheit einfach. Hast du das neulich in deiner Butze gekippt? Hahaha. Da war noch was, Sascha. Du züchtest fucking Fliegen bei dir in der Wohnung. Boah ey. Das rauchen weniger schlimm in der Brühe. No joke. Nico in deiner Insta-Stories sind manchmal so ekelhafte Sachen, Digga. So ein verschimmelter Obstteller oder so. Ja, das ist doch völlig normal. Ja, true. Ach Kevin, erzähl du mir doch nichts. Nein. Als wärst du jetzt fast ordentlicher Tief. Schon doch. Ich bin schon sehr ordentlich. Deine Putzbau ist vielleicht ordentlich. Bro, shut up. Ich bin krass ordentlich. Ja, genau. Trotz Fussfrau sieht's hier scheiße aus. Wo ist Fuss denn drauf? Ungebügelt ist. Fuck, man. So viel. Ich hab nicht mehr Bügeleisen. Was? Kein Bügeleisen? Nee. Ich versteh auch nicht. Warum bügelt man ein Steamer? Warum bügelt man ein T-Shirt? Ja, aber steamen kann man die schon. Nee, wofür? Ja, wenn's übel verknittert ist, kann man so steamen. Ich fühl's für Hemden, aber ich fühl's nicht für Dinge. Aber machst du das auch immer so, wenn du die Wäsche rausgeholt hast und du dich dann einmal so richtig durchschüttelst, dass die glatt wird? Ja, wenn ich die Wäsche mache, dann schüttel ich die mal so ruhig. Ach, du machst deine Wäsche gar nicht. Doch, doch, doch. Aus, 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 ich hab markiert. Ja gut, dann merkt man's halt auch wieder. Ich sag, Kevin macht 0,0 seine Wäsche. Also gar nicht. Ich sag, Kevin ist keiner, der fünf Tage den Kauf nimmt, keine Boxschurze zu tragen, weil er sich halt ausgemacht hat. Und dann will er uns auch nie auf uns überzählen, er sei ordentlich. Ja, ja, wahrscheinlich gibt's das auch, oder? Jungs, Jungs, wollt ihr grad sagen, ich hab ein Leben nicht im Griff, oder wie? Was ist das jetzt? Sorry. Was ich damit auch sagen wollte, war eher, dass man da einfach mal wieder merkt, was Geld für Menschen macht. Digga, du hast dich mit Mark verabredet, das war deine eigenen Worte. Ja, 11 Uhr passt, Digga, die waren 15.30 Uhr bei dir und haben dich geweckt. Bro, okay, okay, pass auf, pass auf, pass auf. Nein, 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 nein. Ey, aber dafür konnte ich nix, dafür konnte ich nix. Okay, pass auf, mein Handy hat nachts ein Update gemacht und man musste das früher sperren und dadurch hat der Wecker nicht geklingelt. Normalerweise stehe ich immer pünktlich auf. Nein, 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 for real, for real. Ja, ne, aber allein die Tata, du bist um 12.30 Uhr noch schläfst, ist schon ein bisschen peinlich. Auch mit dem Cringe. Ja, aber ich bin halt ein Investment-Genie und Langzeit-CEO, der halt nachts wach sein muss. Wisset ihr? Deswegen bin ich halt immer sehr spät noch wach und mach halt so Business-Kram. Was war der letzte Deal, den du abgeschlossen hast? Ja, kann ich nicht on-stream sagen. Ah, herz. Secret und Shit mit so geheimen Dienst und, ja. Okay, Kevin, no, I don't think so. Bei mir schadet's, glaub ich, grad ein Auto um die Büchse. Ich glaub, das ist ein Stream-Sniper. Das ist ein Ugandien-Warrior, Freunde. Wo ist denn das Auto? Hier. Oh, Wiederschauen, reingehauen, mein Lieber. Holy Shit. Nice shot. Okay, Jungs, hier. Auf 245. Die laufen Richtung Berg, glaub ich. Kannst du markieren, kannst du markieren? Das markiert. Orange, oder was? Ja. Oder das hat mich, oder da war eine optische Täuschung oder sowas. Kann natürlich auch sein. Ne, 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 links von mir. Oh, ich sehe ihn. Oh, bei mir, bei mir. Äh, wo, äh. Jungs, ich checke, von wo ich angefragt werde. Wie, was, wer, wo, wann. Wer, wie, was. Wieso, was, warum. Den direkt vor mir. Okay. Hat nicht oben im Haus. Ich pushe ihn, ich pushe ihn, okay. Aber ich sehe ihn unten im Haus. Unten ist da auch einer? Nein. Ey, eine Splittergranate. Und man hört sie nicht. Moin, moin. Warte, warte. Nein. Stark, stark. Geiles Aims, nice. Geiles Aims, nice. Geiles Aims, dude. Holy Shit. Oh, fuck, dude. Erstmal einen Zentimeter über seinen Kopf geballert. Perfekt, Freunde. Ja, Freunde. Ey, schon sie waren noch dran. oh, 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 oh. Was soll ich dazu sagen? Oh, oh, oh. Ich hab mit Fins, was du ... Untertitelung des ZDF, 2020